Moin Leute, was geht? Mein Name ist Udo Gamescom auf der Playstation 4 und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ähm, äh, ich muss heute immer im Video mal wieder was erzählen, äh, und ja, ich möchte heute mal über das Thema Hinrichtungen reden. Ähm, wie ihr alle wisst, gibt es ein, ne Sache, die nennt sich Internet. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr schon mal was davon gehört habt, von dem Internet. Ähm, einfach mal bei Google eingeben, Internet, und dann Wikipedia. Das nennt sich Internet. Äh, auf jeden Fall, im Internet gibt es was ganz Besonderes, und zwar Hinrichtungsvideos vom Internet. Islamischen Staat. So, LiveLeak zum Beispiel ist eine Seite, also LiveLeak, da kann man solche Sachen, äh, sehen. Dort zu sehen sind Hinrichtungen, ähm, wirklich brutales Material, äh, da kriegst du wirklich, da kriegst du wirklich Angst. Da kriegst du wirklich so einen psychischen Schaden, wenn du das reinziehst. Ich hab mir das auf jeden Fall mal reingezogen, weil ich einfach mal wissen wollte, äh, was da abgeht. Und das ist einfach krass, Leute. Wir haben heute ein kleines Problem. Und zwar, wir, ähm, also nicht wir, aber zum Beispiel Russland und die Türkei machen Luftangriffe. Das ist das Schlimmste, was man machen kann, Luftangriffe. Ähm, bei Luftangriffen, das ist doch heute schon bewiesen, sterben ganz viele Zivilisten. Und die Türkei greift sogar auch noch die Kurden an. Also das ist ja sowieso mal... Also ich verstehe das nicht mehr. Es ist so, es gibt Bodentruppen zur Zeit, ähm, das sind, äh, die Kurden. So. Und die Kurden, die kämpfen gerade, äh, auf dem Schlachtfeld. Und die haben schon riesige Teile von Syrien erobert. Auf jeden Fall, ähm, ist das Problem halt einfach, dass die jetzt eben getötet werden, diese Kurden, von den Türken, äh, vom Befehl, vom Erdogan, weil das natürlich, äh, Terroristen sind, die Kurden. Was weiß ich? Ehrlich, wollte ich mich eigentlich verraschen? Die Kurden sind die einzigen, die was machen. Und, äh, da kommt so ein Erdogan-Typ und denkt, der wäre, was weiß ich, was er wäre. Meine Fresse. Das ist natürlich auch ein bisschen komisch, dass die Türken noch nicht aufgestanden sind gegen Erdogan. Alter, ihr müsst mal was machen, Alter. Das ist euer Präsident, nicht meiner. Mashallah. So, auf jeden Fall, ähm, das ist eine furchtbare Sache, was da abgeht. Aber eins würde ich euch sagen. Der islamische Staat wird nicht gewinnen, sondern der Frieden wird gewinnen, Leute. Der Frieden, so, weil der islamische Staat, das sind nur ein paar dumme Idioten mit Knarre. Mehr ist das nicht. Mehr ist das wirklich nicht. Selbst eine Kakerlacke, selbst eine Ratte hat mehr Ehre, als diese dummen Kanacken. So. Oh, was wollte ich noch machen? Ja, ich wollte noch ein paar Leute töten. Ich habe noch vier Schuss. Die sollten wir sinnvoll einsetzen. Hehe. YouTube Gamescom. Was macht er jetzt? Wohin geht er jetzt? Hey, wer bist du? So, machen wir eine Hinrichtung. Diese Frau hier. Boah, alter. Die hat Reflexe, alter, die alte. Das habt ihr noch nie gesehen. Hehe. Moin, moin. So, jetzt habe ich noch drei Schuss. Jetzt muss ich gucken, dass ich irgendjemand treffe. Jetzt habe ich ein Problem. Äh. Oh, oh, oh. Alter, bin ich so schlecht. So, wir töten jetzt mit der Pistole. Ja, mit der Pistole. Ah, jetzt haben wir ihn aber. Jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich ihn. Jo. Was soll ich noch erzählen? Ja, wie ihr wisst, habe ich fast 3000 Abonnenten. Ich freue mich schon richtig drauf. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mal 3000 Abonnenten bekommen würde. Aber dafür habe ich ein neues Video vorbereitet. Da rede ich noch mal ein bisschen genauer darüber. Und ja, haut auf jeden Fall rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer Tugues.com auf der Playstation 4. Und ciao. Ciao.